Wir fangen jetzt mit dem Kapitel 10 an. Gut, dass du reserviert hast. Wir fangen jetzt mit dem Kapitel 10 an. Wie gut kennen sie sich? Für Mektub, ich glaube, die beiden Personen sind in einem Lokal. Vielleicht sind sie Freunde. Die Frau hat Geburtstag und ihr Freund lädt sie zum Essen ein. Die Frau hat Geburtstag und ihr Freund liebt sie zum Essen. Ich glaube, die beiden sind ein Paar. Sie sind in einem Restaurant und sie kennen sich nicht gut. Und Abdullah, was meinst du? Was glaubst du? Ich glaube, die beiden sind in einem Café. Sie sind in einem Café. Sie sind in... Und sie kennen sich gut. Okay, sie kennen sich gut. Aber wer sind sie? Das habe ich nicht gehört. Wer sind sie? Sie sind in einem Café? Das gehört zur ersten Frage. Wo sind die Personen? Wer sind sie? Wer sind sie? Wer sind sie? Sie sind in einem Café? Die Leute sind in einem Café. Das Bischteck ist die Schauke, die Mälache und die Säkeinung. Das ist die Schauke. Die Gabel ist die Schauke. In der Sprache, die wir sehen haben, das Messer ist die Schauke. Das Salz, das Salz. Das Salz. Das Salz. Der Pfeffer. Der Esich. Der Pfaffer und der Pfuffer. Der Esich. Der Pfahl. Der Pfaffer. Der Pfaffer. Der Esich. Der Esich. Das Öl. Es Säte. Zucker. 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 Der Zucker. Zucker. Und die Saviette. Die Saviette. Die Saviette. Die Saviette. Und Zucker. Das ist das? Das ist das. Ja. Ja, so. Ein Soweit für die Kalimat? Nein, ich hoffe. Bitteschön. Nummer 3. Schade, dass es keine Pizza gibt. Ja, denn der ist ein Sf. Und der ist ein Sf. Denn er hat keine Pizza. A. Was möchten Julia und Oli gern essen? Hören Sie und kreuzen Sie an. Ist immer, war er, war er, war er, war er. Ladeine Julia und Oli. Ladeine Pizza, Hamburger, Fisch, Samek, Pommes Fritz, Cowau, Pommes Fritz, Möli. Und wir haben jetzt gebeten, dass er wahrscheinlich sich an irgendwelche Sachen verabschiedet hat. Dann muss ich kontrollieren. Okay, wir wollen den Sf. Aufgabe 3. Schade, dass es keine Pizza gibt. Das ist ja kein italienisches Lokal. Und Hamburger auch nicht. Zum Glück. Was nimmst du? Ich denke, dass ich den Fisch nehme. Ich hasse Fisch. Ich hoffe, dass sie wenigstens Pommes haben. Entschuldigung? Gleich. Gut, dass du reserviert hast. Es ist ziemlich voll hier. Hallo? Wir würden gern bestellen. Kann es sein, dass er uns nicht sehen will? Ja. Okay. Abdullah, was bestellt oder möchte Julia? Julia, nicht Olli. Julia ist die Frau. Julia ist die Frau? Genau. Julia ist die Frau. Okay. Okay. Fisch. Genau. Genau. Julia bestellt Fisch. Okay. Was bestellt Olli? Bumus Fritz. Bumus Fritz. Fisch. 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 Fritz. Okay. Das heißt, es gibt keine Pizza. Das heißt, es ist unbezüglich, dass es keine Pizza gibt. Wir sehen uns, dass die Wahrnehmung ist, dass die Wahrnehmung ist. Jetzt haben wir eine Auswahl. Du hast die Gewalt. Du hast sie. Sie haben wenigstens Pommes. Auf jeden Fall haben sie Pommes. Und ich nehme den Fisch. Ich nehme den Fisch. Ich nehme den Fisch. Wir haben jetzt drei Worte. Wir müssen sie auf jeden Fall retten. Es gibt eine Worte. Ich denke, dass... Ich denke, dass... Ich denke, dass... Wie ergänzen wir das? Wie ergänzen wir das? Ich denke, dass... Sie, wenn ich die... Wenn, wenn Sie... Wenn uns das haben... das war? Ich denke, dass... Sie... wenn ich... wenn ich sie... wenn ich sie... wie ist es? Wenn Sie das machen? Ich denke, dass ich den Fisch nehme. Genau, super. Okay, ich hoffe, ich hoffe, dass... Okay, ich hoffe, ich hoffe, dass... Das... 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 Wenn ich tue, denke ich, wo ist... Genau. Okay, wo ist die Akhre? Gut, das? Das du, das du, das du, das du hast. Genau, super. Okay. All'an, nazhab ila al-Qaida, al-lati, bichana b-tadrib 4. Ich weiß, ich finde, ich denke, ich glaube, ich hoffe. Kul-hadi l-Af'al, tustatien t-a-xud-das. Gut, 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 gut. Schön, jameel, schade, mu'assif. All'an, nazhab ila al-Tadrib 5, hören Sie das Gespräch im Restaurant weiter. Yani, tekmelet, al-Tasjil, was ist richtig? Mero Sahih. Ja, wa huna, ya kun huna kebabat al-Tarajohat. Allah'u hanu. Eins. Olli nimmt das Steak mit Kartoffeln. Yani, hua seh, chuse Steak, ma'a Batatis. Pommes Fritz, Batatis Mekli. Zalat, Salata. Zwei. Er möchte einen Salat. Hoi riet, Salata. Mit Essig und Öl. Ma'a Khal, wa Zaid. Nur mit Öl. Faqat ma'a Zaid. Julia möchte den Fisch. Turi del Samaka. Mit Kartoffelpüree. Ma'a Buree Batatis. Oder Salat. Salata. Er ist so ein? Nein. Aufgabe 5. So, Sie bekommen? Ich nehme das Steak. Aber nicht mit Kartoffeln, sondern mit Pommes Frites. Gern. Wie wollen Sie das Steak? Auf einem Teller. Ja. Gut durch Medium oder? Medium. Und Sie? Ich hätte gern... Ach, warten Sie. Ich nehme doch keine Pommes Frites. Bringen Sie mir lieber einen Salat. Aber mit viel Öl und wenig Essig. Ich hoffe, dass er frisch ist. Aber natürlich. Steak und Salat. Erst den Salat, dann das Steak. Ich hätte gern den Fisch. Mit Salat oder Kartoffelpüree? Mit Kartoffelpüree. Irgendwelche Sonderwünsche? Nein, danke. So wie in der Karte. Danke. Okay. Ali nimmt das Steak mit. Salat. Ich nehme doch nicht die Pommes Frites. Salat. Salat. Ali nimmt das Steak mit Salat. Okay. Wie soll das Salat sein? Er möchte einen Salat. Es ist mit Essig und Öl. Genau. Mit Essig und Öl. Julia möchte den Fisch mit. Kartoffelpüree. Genau. Kartoffelpüree. Okay. Jetzt gehen wir zur Aufgabe 6. Der perfekte, gedeckte Tisch. Perfekt, yani mazboot. Gedeckt. Muratta. Attawila. Al muratta. Tamamen. Sehen Sie die Zeichnung an. Unsere Surah. Was fehlt auf dem Tisch? Mada yanqus. Hilfe finden Sie im Bildlexikon. Musa'ada tajid vi muajamassur. Fa'ahtau'na Emthila. Auf dem Tisch ist kein Essig. Ali judkhal. Ja, und A hat kein Messer. Wa A leysa ladayhi sikkina. Abdullah, was fehlt noch? Erlmaik. Auf dem Tisch ist Koyne. Tessi. Super. Was noch? Und Koyne. Keine Kanne. Lakin Elkanne Erlma jo da aslo. Fimadham. Hat A eine Serviette? Samat eine Serviette? Ja. Serviette ist existent. B hat eine Serviette. Aber A hat keine Serviette. A hat ein ein Serviette. Hat B Messer hat B Löffel und Gabel ? Auf dem Felfel ist das? Ja. Felfel ist das? Felfel ist das? Felfel Felfel Ja. B, nicht A. B, Tja. B, Ladeh, 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 Ladeh. B, Nein, Nein. A, Ladeh, Ladeh, Ladeh. Und Kabel. Okay, A hat Läfel und Kabel. Okay. Okay, kaife taugul anu B, Ladeh, 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 Ladeh. B, hast Kain, Kain, Ladeh. Kein Löffel. Kein Löffel, auch. Okay, super. Nنتقل ins Sofahat Thalia. Und wenn wir uns Zeit haben, dann können wir uns das übernommen. Okay. 7. Entschuldigung, wir würden gerne bestellen. Wer sagt das? Gehen Sie die Sätze. Ich hätte gern, ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich drehen Sie mir lieber. Ich würde gerne gerne bestellen. Ich würde gerne bestellen. Und das kann ich auch sagen. Ich möchte bitte bestellen. Ich würde gerne gerne bestellen. Ein Moment bitte. Ein Augenblick bitte. Also, die Lachze. Moment, Augenblick, alle Lachze. Und, haarfien Augenblick, ist Augenblick, Augenblick, Nuzhra. Nuzhra, 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 Nuzhra. Okay, was die Nuzhra, Nuzhra? Wir sagen, ich hätte gern, oder ich komme gleich, oder bring sie mir lieber, oder sofort. Ich komme gleich. Genau, ich komme gleich. Wenn man sich fragt, was kann ich Ihnen bringen? Was kann ich Ihnen bringen? Ich kann Ihnen sagen, ich nehme, aber nicht mit, sondern mit, und mit. Okay, was ist Nuzhra? Ich hätte gehen oder bringen sie mir genau, richtig und sofort sofort wir sagen sie in der Zeit bevor ich nehme nicht, ich sage es zufhaut also ich sage es zufhaut das ist, dass ich das ein Klamm wenn ich meine das ist gut nachdem ich den Mann er sagt, dass es ein Klamm ist also wir spielen eine Klamm als Klamm und dann du das Klamm und wir machen sie Okay. Entschuldigung, ich möchte gerne bestellen. Einen Monat, ich komme gleich. Super. Was kann ich Ihnen bringen? Ich würde gerne einen Salat haben, mit keinem Essig und viel Öl. Okay. Entschuldigung, ich möchte bitte bestellen. Sofort. Was kann ich Ihnen bringen? Ich nehme einen Fisch und einen Fisch zur Salat und Reis. Und Reis. Kommt sofort. Okay. Jetzt. Samania. Hat es geschmeckt? Was ist richtig? Hören Sie und kreuzen Sie an. Also, was ist richtig? Einmal. Eins. Julia hat es nicht so gut geschmeckt. Also, die wurde, die Menschen zu verliefern. Ich habe hier nicht so gut geschmeckt. Ich habe hier nicht so gut geschmeckt. hat, dass er nicht getrennt hat, dass er nicht getrennt hat. Oli und Julia zahlen getrennt. Sie sind getrennt, dass er nicht getrennt hat, dass er nicht getrennt hat. Jahis, nächste Mal. Aufgabe 8. Hat es geschmeckt? Wunderbar. Verzeihen Sie, aber Sie haben meine Pommes frites vergessen. Sie haben doch gar keine bestellt. Ich weiß doch, dass ich Pommes bestellt habe. Außerdem war das Fleisch nicht durch. Haben Sie nicht Medium gesagt? Sicher nicht. Ich gebe es an die Küche weiter. Moment, wir wollen gleich zahlen. Die Rechnung bitte. Zusammen oder getrennt? Getrennt. Zusammen oder getrennt? Also, meine Hälfte ist... Acht. Hat es geschmeckt? Wunderbar. Verzeihen Sie, aber Sie haben meine Pommes frites vergessen. Sie haben doch gar keine bestellt. Ich weiß doch, dass ich Pommes bestellt habe. Außerdem war das Fleisch nicht durch. Haben Sie nicht Medium gesagt? Sicher nicht. Ich gebe es an die Küche weiter. Moment, wir wollen gleich zahlen. Die Rechnung bitte. Zusammen oder getrennt? Getrennt. Julia hat es nicht so gut geschmeckt. Richtig oder falsch? Falsch. So gut geschmeckt. Geschmeckt. Genau. Olli meint, dass der Kellner die Pommes frites vergessen hat. Richtig. Richtig. Genau. Olli ist sicher, dass er kein Steak Medium bestellt hat. Falsch. Nicht Medium. Ich sage. Er ist sicher, dass er ein Stabler nicht erlaubt hat. Er hat nicht erlaubt. Das Steak Medium. Ja. Er hat gesagt, dass der Steak nicht erlaubt hat. Er hat nicht erlaubt. Er hat nicht erlaubt. Er hat gesagt, dass er nicht erlaubt hat. Er hat nicht erlaubt. Er hat nicht erlaubt. Er hat nicht erlaubt. Ich gebe es an die Küche weiter. Ich gebe es an die Küche. Ich gebe es an die Küche. Ich gebe es an die Küche. Ich gebe es an die Küche weiter. Ich gebe es an die Küche. 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 Ich gebe es an die Küche.